Wenn die Leute hierhin kommen, die gerne einen Hund und einen Katz haben, dann fragen wir natürlich für dich, welche Ideen sie sind. Wenn die Katzen umgehen, hätten sie gerne einen Appartement gehabt, da können keine Katzen rauskommen, wenn ein Hund wäre, auch dasselbe. Sie könnten dann ein Appartement oder ein Haus mit einem Garten, also der große Hund, den soll gehen oder soll der kleine gehen. Wichtig sind auch, dass sie nicht einer der im Haushalt sind. Sie können eine gute Zeit oder sie 12 Stunden am Tag fahren. Das ist wichtig, dass ein Hund als soziales Wesen oder ein Katz, sie sollen nicht unbedingt 16, 25, 24 Stunden lang sein. Wenn es dann noch passt, dann könnte ein Hund die Probezeit mit für 10 Dich, aber wenn man danach immer gut ist, dann wird ein definitiver Kontrakt gemacht. Katzen, wenn du direkt denkst, dass die Leute gefällt, dann können sie die auch schon direkt mitnehmen. Es gibt überhaupt Ursachen, für was die Leute zurückbringen. Bei den Katzen ist es prinzipiell, dass es gesagt wird, dass Allergien abgetaucht sind und dadurch können sie die Katzen nicht mehr holen. Respektiv bei den Hunden geht es auch für mich. Sehr gut, das sind Leute, die sich trennen, da gehen die zwei Seiten schaffen und können den Hund nicht holen. Sehr gut, das sind dann ein Appartement, wo keine Hunde erlebt sind, oder sie Zeit nicht mehr holen. Und da geht es eben noch nicht mehr. Oder wenn die Hunde fängt, um zu Aal zu gehen, dann gehen die Kosten von den Deierern an die Lucht und das wollen sie dann noch nicht unbedingt immer herabbringen an die Investeieren. Bei dieser Krise ist es in der Form auch gekommen, dass die eigenen Leute mehr Deieren aufbringen, also zurückbringen oder aufgehen, und auch von der Suche her. Wir hatten letztes Jahr ein Paar von rund 19.000 Euro, und das ist ein Drittel von den Allaisen-Deponsen, weil die Menschen zu viel haben. Und ja, das ist eben ein Dorf zurückzuführen, dass Leute, was das betrifft, man hat Zeit für sich um zu kümmern, sich vielleicht nicht mehr zu trennen, man hat gewollt in die Zeit zu investieren, und eben noch Erwirtschaftung kriegt man nicht so viel, und da sind eben auch zurückgegangen. Es gibt zwei Sachen, die auch leuern, für gepflegt zu gehen, dass wir ein paar Dollar von Kaisern, die müssen gemacht werden, und ein paar Wehrufe haben und wissen, wo die Töne rausgelost werden. Die Leute gewinnen, die haben alles zu kaufen, was sie gerne hatten, und so haben die Leute auch gemacht. Ich habe von diesen Leuten gesehen, was ihnen gefällt, dass es flauscht, es geht live aus, und wir suchen, und dann gehen sie rein, sie ziehen. Wenn sie auch kommen, dann haben sie vielleicht auch ein bisschen mehr abgeschrieben, dann haben sie mich kacken und so weiter, dann haben sie waschgemacht, ihnen braucht sie essen zu kriegen, und so weiter. Ja, und dann ist irgendwann, also das ist auch verlässlich, und dann wollen wir das nicht mehr, und dann geht es dann nicht gestaltet, wie man dann gesagt wird.